Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Sniper Ghost Warrior Contracts. Mit dem ersten Hauptauftrag sind wir durch in der letzten Folge. Nämlich laden Sie Warnowskis Pläne herunter, haben da auch schon 18.000 kassiert, wollt dann eigentlich Richtung Exfiltrationspunkt. Ich weiß gar nicht, wo ist der? Ist das das hier? Ist das der Exfiltrationspunkt? Ja, das ist der Exfiltration. Aber da ist uns dann ein bisschen was dazwischen gekommen in der letzten Folge. Denn irgendwo hier ist anscheinend jemand, auf dem ein Kopfgeld aufgesetzt ist. Und das ist direkt daneben. Wir haben hier die Herausforderungen, die weiteren. Das hier können wir schon mal nicht erledigen. Schließe alle Aufträge ab und töte dabei nur Warnowskis. Denn wir haben mittlerweile schon einige getötet. Aber alle anderen Aufträge sollten wir lösen können. Das heißt, statt 60.000 kriegen wir hier die 60.000. Und dann hier nochmal knappe 20.000 eben dreimal dazu, wenn wir auch diese Aufträge noch erledigen. Aber das wird noch eine ganze, ganze, ganze Weile dauern. Jetzt sollten wir erstmal gucken, auf wen da vorne das Kopfgeld ausgesetzt ist. Denn irgendwo da ist es anscheinend soweit. Betrete das Kopfgeldgebiet. Und ich würde auch sagen, wir zücken gleich mal unsere Waffe, unsere Sniper. Laden gleich mal nach das Ding. Zehn Schuss passen ja rein. Und dann gucken wir mal, wie es da vorne aussieht. Und dann hier... Irgendwo... Finden wir unser nächstes Ziel. Okay, da ist noch nichts. Das ist nämlich nur... Dieses kleine Snowmobil, das wir schon mal gesehen haben, als wir hier das erste Mal langgerannt sind. Da können wir ruhig mal dran vorbeigehen. Aber ich glaube, da vorne wird es spannend. Ich sehe ja nicht, da heißt der Exfiltrationspunkt. Da sieht man ihn. Und die wunderschönen Nordlichter hier oben. Und hier direkt vor uns... Die Drohnen, die wir ausschalten müssten, die wir ausschalten können. Aber nicht nur die Drohnen sind hier, sondern eben auch ein paar von den anderen Feinden. Ja, kann ja nur schief gehen. Aber ich bilde mir ein, es war genau hier irgendjemanden zu finden. Da unten nehme ich. Und jetzt ist die große Frage, ob der hier alleine rumsteht oder ob da tatsächlich noch ein paar andere ihr Unwesen treiben. Sollen wir den einfach mal so eliminieren? Ich meine, das sollte theoretisch hinzubekommen sein. Oh Gott. Aber die Drohnen fliegen eben auch hier herum. Und das ist ein bisschen ein Problem, habe ich das Gefühl. Denn wenn wir uns die Drohnen spotten, dann wissen wir ja schon von der letzten Folge, was dann da los ist. Dann weiß jeder von den Feinden Bescheid. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Da oben ist nichts mehr. Wo sind wir denn hergekommen? Sag mal, dass wir das nicht beim ersten Mal schon entdeckt haben, wundert mich. Exfiltration ist übrigens gerade wieder despawn. Da oben hätten wir noch einen Punkt. Hier nicht mehr. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, das wird nicht so einfach sein, die da auszuschalten. Wir könnten es natürlich mal probieren mit den Wurfmessern, aber wir haben das schon mal gemacht. Und haben gesehen, das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und nachdem wir hier nicht speichern können, normalerweise, wenn wir hier in Sniper Lead 5 zum Beispiel unterwegs wären, würde ich jetzt einfach mal F5 drücken für Schnellspeicher und die Sache hätte sich. Aber das geht hier leider nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ging das denn nochmal? Lockstein werfen? Äh, Gadget einsetzen? Ich glaube, das war das. Mit F. Mit F können wir ein Wurfmesser werfen. Aber ich würde fast sogar mal behaupten, wir werden vielleicht einfach mal nur den da rauf locken. Vielleicht funktioniert das ja. Er bewegt sich zumindest. Die Frage ist nur, wo bewegt er sich hin? Natürlich nicht dort, wo ich ihn haben möchte, das ist klar. Ja. Na gut, ich glaube, wir gehen lieber mal nach unten mal sicher. Von den Drohnen merkt das keiner. Und jetzt ist natürlich eine große Frage, kann ich die Drohnen hier einfach so vom Himmel schießen oder bekommt das irgendjemand mit? Ich glaube, das sollten wir vielleicht jetzt mal probieren. Der Wind weht ziemlich stark, 10 Meter pro Sekunde. Ich kann mir nämlich irgendwie nicht vorstellen, na gut, wir können es ja mal austesten, dass wir uns hier umher bewegen können, ohne ins Sichtfeld der Drohnen zu geraten. Denn die sind ja quasi überall hier. Okay, aber so wie es aussieht, können wir die tatsächlich einfach vom Himmel schießen, ohne dass irgendjemand was davon mitbekommt. Na, dann ist hier alles gut. Alles klar? Super. Leider können wir die Fackel hier nicht deaktivieren, das finde ich ein bisschen schade. Denn das würde uns zumindest mal das Leben erleichtern, aber ich habe das Gefühl, da oben wird so schnell eh keiner hinkommen. Und das war ja damals unser Eintrittspunkt. Hier über den Zaun klettert, dann sind wir da unten lang gelaufen. Und dann scheint hier irgendwie dran vorbeigekommen, denn das hier haben wir definitiv damals nicht entdeckt. Wobei, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin froh, dass wir das damals nicht entdeckt haben, weil hier war ordentlich viel Action mit den Drohnen und so weiter und so fort. Wir haben uns mal ein bisschen eingeschossen in das Ganze. So, ich würde das hier auch gerne mal probieren, was wir hier vielleicht tun können. AI Drone System. Das sieht ja schon mal gut aus. Wechseln zu Gasminenfallen. Das war nicht mein Plan. Warte mal. Was haben wir denn für Gadgets dabei? Wir hätten Rauchgranaten. Ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt. Da können wir vielleicht die mal wechseln zu den Gasminenfallen. Oder haben wir die jetzt einfach so? Nee, die Rauchgranaten liegen hier rum. Denn die Gasminenfallen werden wir definitiv brauchen. EMP-Granate. Na, Köderfalle. Na. Warnmelder. Na. Ist schön, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Schrapnelmähne klingt auch gut. Drohne deaktivieren. Na, bitte sehr. Da. Und der Himmel ist clear. Hehehe. Gut, da hätten wir die gar nicht vom Himmel schießen müssen, wenn ich ehrlich bin. Na ja, auch wurscht. Das sind aber coole Gadgets, die da rumstehen. Warnmelder. Der markiert uns dann vielleicht die Gegner oder warnt uns, wenn irgendjemand uns hier über den Weg laufen sollte. Auch die EMP-Granate und Köderfalle sind bestimmt nicht Dinge, die zu vernachlässigen sind. Aber nachdem wir ja missionsmäßig, und wir sehen das hier bei den Herausforderungen, fünf Leute vergasen müssen mit den Gasgranaten, sollten wir vielleicht erstmal die Gasgranaten mitnehmen. Denn wir können uns den Posten ja merken, es ist ziemlich nah am Spawnpunkt. Hier circa, wo dann die Leitungen rüber gehen. Und dort hätten wir dann theoretisch noch ein paar EMP-Millionen und Köder, die wir mitnehmen könnten, falls wir die später nochmal brauchen sollten. Okay, aber so wie es aussieht, hat der doch ein bisschen was mitbekommen da unten. Der sieht nämlich doch ein bisschen aufgeschreckt aus, wenn du mich fragst. Alles klar, gucken wir mal. Wir sind ja der Sniper. Wir sind nicht derjenige, der direkt ins offene Gelände latscht. Sondern der sich ein bisschen mal einen Überblick über die Situation verschaffen muss. Und dann können wir schön von der Ferne einen nach dem anderen ausknipsen. Und hier drüben waren wir ja da mal das Poster mitgenommen. Und wo sind wir denn dann lang gelaufen? Von hier hinten rum? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe das Gefühl, das alles war gerade eben nicht da. Wo ist denn der jetzt? Ach, da sitzt er. Kann natürlich auch sein, dass der ein bisschen aufgeschreckt ist wegen der Drohne jetzt, die wir hier vom Himmel geholt haben. Die anderen sind ja nur deaktiviert worden. Die sind vielleicht wieder einfach so zur Ladestation geflogen oder sowas. Aber die, die wir vom Himmel geschossen haben, das war halt schon ein bisschen auffällig. Und ich bin im Überlegen, ob wir möglicherweise jetzt schon versuchen sollten, hier jemand mit der Gasgranate zu erledigen. Oder mit der Gasmine wohl eher. Denn Gasgranate haben wir, glaube ich, keine. Wir haben eine Splittergranate. Ist auch gut. Aber Gasminenfalle klingt sehr interessant. Fünf Leute sollen wir damit vergasen. Ach, das sind sogar zwei von denen hier unterwegs. Und wenn wir eine von den Minen genau hier hinsetzen, dann sollte zumindest einer von den beiden direkt reinlaufen. Weil das müssen ja keine Offiziere sein oder sonst irgendjemand, den wir hier erledigen müssen. Und das Wasser ist hier ganz schön kalt. Aber das Gute ist, wir haben einen super Anzug dabei, der uns vor dem Fallschaden auch ein bisschen bewahren kann. Und der uns eben auch vor dem hier bewahren kann, dass man im Wasser gleich erfriert. Denn das ist hier, glaube ich, nahe dem Gefrierpunkt, das Wasser. Man sieht es ja hier. Überall liegt der Schnee. Wundert mich, dass es überhaupt noch fließt und noch nicht eine Eisfläche geworden ist. So, na, gucken wir mal, wo sich die hier rumtreiben. Zwei davon haben wir. Einen sollten wir vielleicht ausschalten. Denn ich habe das Gefühl, mit der Gasminenfalle, das wird nicht so easy werden, den umzuknallen. Und wir brauchen immer noch einen Plan B, falls das nichts werden sollte mit der Mine. Da unten sitzt er. Das wäre ja mal sehr cool, wenn das funktionieren würde. Und er verzieht sich gerade. Ich versuche das jetzt. Ich hoffe nur, wie gesagt, der merkt das nicht, wenn der zurückkommt. Aber das werden wir jeden Moment rausfinden, wenn er zurückkommt. Und das wird er tun, ganz bestimmt. So, ich setze ihn mal in sichere Entfernung. Und dann gucken wir mal, was passiert. Da oben ist er. Ah! Und das hat tatsächlich super funktioniert, liebe Freunde. Guck mal einer an. Jetzt kurz mal nachgucken bei unseren Herausforderungen. Eins von fünf. Das hätten wir erledigt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe gedacht, er wird ja nur um Hilfe schreien oder sowas. Aber anscheinend hat das von den anderen niemand mitbekommen, dass wir gerade hier waren. Und da hinten haben wir unser Ziel. Das ist der Ivan Yashin, Hauptmann. Das ist unser Kopfgeld. Das ist unser Preisgeld, das wir bekommen, wenn wir ihn erledigen. Und das ist das Geld, das wir auch dringend brauchen werden. Denn ich habe definitiv vor, hier ein bisschen in unsere Ausrüstung zu investieren. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schalldämpfer von unseren normalen Waffen. Auf dem Sturmgewehr, auf der Pistole. Das ist ein großes Ziel, das ich habe. Und ich möchte natürlich auch ein bisschen was upgraden von den Gimmicks, die ich dabei habe. Vielleicht sogar mal uns eine Drohne zulegen. Aber, na toll. Aber dazu müssen wir erstmal alle anderen anledigen. Okay, und da sind noch ein paar andere unterwegs, habe ich das Gefühl. Wir sind nicht ganz so unauffällig. Keine Ahnung, wo sie wieder hingehen würde. So. Und dann den Kollegen. Hehehe. So, Ziel eliminiert, liebe Freunde. Und das war der erste auf unserer Liste. Und es gibt noch ein paar andere, die wir hier eliminieren sollen. Abgesehen natürlich von Iwanowski, den Bio-Hauptmann, den wir hier erledigen müssen. Derjenige, der hier mit den Bio-Waffen experimentiert. Und mittlerweile anscheinend auch schon ein paar Tests durchgeführt hat an Menschen. So, und die haben ordentlich Cash einstecken, das finde ich gut. Das Gepäck liegt schon wohl etwas länger hier. Alles klar, das wäre dann der erste im Bunde. Cool, cool, cool. Dann gucken wir mal, wie es mit dem hier jetzt aussieht. Das Gas sollte mittlerweile verflogen sein. Alles klar. So, das nehmen wir mal mit. Und dann haben wir noch irgendwo einen rumliegen, glaube ich. Aber erstmal schnappen wir uns diese Beute hier. Der hat bestimmt auch noch ein bisschen was dabei. Gebiet verlassen und Kopfgeld abzuschließen. Hat ein bisschen mehr Geld dabei als die anderen. Finde ich gut. Jetzt zwar nicht immens viel, aber immerhin. Huch. Da oben ist jemand. Aber wo geht es denn da überhaupt hin? Ich glaube, in unser nächstes Ziel. Finde den Spion des Kunden. Okay, wir können das gar nicht markieren. Aber ich vermute mal, das hier wird das sein. Finde den Spion des Kunden. Es ist ein Auftragsgebiet. Die Frage ist, welcher Auftrag wartet dort auf uns? Ich hoffe mal der hier. Wir brauchen unbedingt mal einen Exfiltrationspunkt. Da kommt jemand. Und ich habe das dumpfe Gefühl, das ist nicht nur der eine. Scheiße. Wow. Haben wir hier einen Schalldämpfer drauf? Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten schon lange keinen Speicherpunkt mehr. Scheiße. Kommt von da oben auch jemand? Fuck. Boah. Gerade nochmal im letzten Moment stehen geblieben, Freunde. Da sind nämlich die nächsten zwei. Scheiße. Und die laufen direkt auf uns zu. Oh, fuck. Und ich habe das dumpfe Gefühl, das war es noch immer nicht. Da oben sind auch noch welche. Und ich habe es noch welche. Irgendjemand noch hier? Ich hoffe nicht, alter Falter, alter Falter, alter Falter. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da gleich die nächste Patrouille auftauchen will, aber die Waffe ist definitiv schallgedämpft. So viel ist schon mal klar. Ich glaube, da können wir uns schon sicher sein. Also nur mit dem Stubengewehr machen wir ein bisschen Wirbel, aber mit den anderen sind wir wirklich gut, gut, gut dabei. Und die sind tatsächlich still wie die Nacht. Einzige Problem ist natürlich, wenn der, den ich umbringe, dann anfängt zu schreien. Aber auch die sind da mittlerweile mucksmäuschenstill. Alarm ist keiner losgegangen. Alles gut, alles clear. Sehr schön. Super, 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 super. Was ich übrigens wirklich gut finde, ist, dass hier die Markierungen gezeigt werden, wo wir die nächsten Sammelobjekte finden können. Das sind ja nicht unbedingt viele. Also wir haben hier gerade mal fünf oder sechs pro Karte und eins haben wir ja schon. Die anderen fünf sind hier noch markiert. Da haben wir einen Auftragsort oder eine Exfiltration eigentlich. Hier ist ein Schnellreisepunkt. Während eines Alarmes. Wir haben ja gar keinen Alarm. Na nü. Ist da ein Alarm aktiviert? Ich hoffe nicht. Also ich denke nicht. Aber völlig egal, ob. Wir müssen uns hier kümmern um das nächste Ziel. Ich vermute mal, dass wird das hier sein. Finde den Spion des Kunden. Also derjenige, zu dem der Kontakt abgerissen ist. Ich muss mal ganz kurz gucken durch die Umgebung. Aber hier sieht man eigentlich nichts außer Felsen. Ist natürlich die große Frage, wo ist denn dieses Versteck hier? Wir sehen hier überall diese überaus steinischen Lampen. Ah. Das könnte spannend aussehen. Und ich würde fast sogar mal sagen, ich bleibe mal gezückt mit meiner Pistole. Denn das ist deutlich... Ah. Schließe den ersten Kopfgeldauftrag ab. Kopfgeldbonus aktiv. Und Informationstokens haben wir dafür einbekommen. Sehr schön. Wir sind also jetzt aus dem Gebiet draußen. Sehr gut. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, mit der Pistole fühle ich mich ein bisschen sicherer als mit der fetten Sniper. Oh Gott. Na herzlichen Glückwunsch. Und das ist einer, den wir nicht so einfach erledigen können. Da können wir vielleicht unser Glück versuchen mit einer von diesen Gasgrannen... Wo geht denn der hin jetzt? Okay, der läuft da oben rum. Wir können unser Glück versuchen mit einer von diesen Gasgranaten. Die große Frage ist halt nur... Fällt der da drauf rein? Das werden wir gleich rausfinden, wenn er zurückkommt. Ansonsten müssen wir halt ein bisschen härteres Material einsetzen. Nämlich unsere Sniper. Aber ich hoffe mal, dass das funktionieren wird. Ich lade gleich mal nach. Der mit dem Sturmgewehr weiß gleich mal die ganze Mannschaft, dass wir hier sind. Und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Vielleicht sollten wir uns auch mal die Wurfmesser hier drauf liegen. Sicher ist sicher. Und dann mal darauf hoffen, dass der zurückkommt. 22 Meter ist er weit weg. Und die Gasgranate natürlich auch triggert, wenn er hier vorbeiläuft. Denn wir sind mittlerweile direkt im Gebiet drin. Hier ist der nächste Feind, den wir markiert haben. Ist aber kein Kopfgeld oder sonst irgendwas. Ist einfach nur ein Feind. Alles klar. Jetzt würde es mich einmal interessieren, wenn ich mal da oben hingehe. Wie sollen wir denn rausfinden, wo welche Mission zu erledigen ist? Keine Ahnung. Ist eigentlich auch völlig wurscht, ob wir mit Nummer 2 oder Nummer 5 anfangen. Hauptsache wir erledigen alles. So kommt der jetzt wieder oder eher nicht so? Ich will jetzt nicht unbedingt einen Nockstein dafür einsetzen. Und wir wissen ja ganz genau, wir können den nicht messern. Warte mal, da oben rennt der nächste rum. Und zwar genau hier. Wir haben, wie gesagt, keinen Speicherpunkt. Das heißt, alles, was wir hier machen, passiert auf gut Glück. Aber das Glück ist uns Holz. Wo sind die anderen? Locationen, jetzt! Da, 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 da. Sehr schön. Und jetzt wissen wir zumindest mal, wo seine Bunker sind. Nämlich da unten. 37 Meter weit weg. Na gut, erstmal flündern. Boah, ich hoffe, der andere kommt jetzt bald zurück mit der Gasgranate. Und den werfen wir vielleicht auch erstmal hier hinten in die Pampa. Ja, da liegt er gut. Ich möchte nicht, dass der sofort entdeckt wird. Was ist denn jetzt mit dem Schwergewicht da hinten? Kommt das jetzt endlich mal oder eher nicht so? Okay, und da sind tatsächlich noch ganz schön viele. Guck dir das mal an. Holla, die Waldfee. Das ist wohl dann das Gebäude, das wir suchen, vermute ich mal. Den hier können wir easy erledigen. Das ist kein Problem. Aber der mit der Gasgranate wird noch ein bisschen tricky, habe ich das Gefühl. Ich lasse die trotzdem mal hier liegen. Und wir kümmern uns mal um die nächsten Kollegen da drüben. So, ganz ehrlich, das können wir im Nahkampf auch erledigen. Vielleicht können wir den auch nochmal befragen oder sowas, ob der ja noch Infos hat. Hallo, nicht umgucken jetzt. Ob du mir was sagst oder nicht, du stirbst sowieso. Also halt von mir aus die Fresse, ich weiß eh schon ganz schön viel. So, und auch den werden wir erstmal hier verstecken. Tja, hat der super funktioniert. Gut, dann verstecken wir ihn vielleicht erstmal hier. Da kann er nicht entwischen. Das sieht gut aus. Ich glaube, da kennt man ihn von der anderen Seite nicht unbedingt. Nee, da weiß niemand, dass da einer liegt. So, und jetzt ist die große Frage, was machen wir mit dem Kollegen da oben? Ich glaube, das Ding können wir mal wieder einpacken, denn ich habe das Gefühl, dass... Super. Super. Jetzt werden wir fast selber verreckt von dem Scheiß. Ich wollte nämlich gerade noch sagen, ich habe das Gefühl, das wird nicht mehr wirklich gebraucht werden. Dass der hier nicht mehr zurückkommt. Dass wir das Ding selber auslösen können. Damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Scheiße. So, und die große Frage wird jetzt sein, wie sollen wir denn hier bitteschön rumkommen? Haben wir da irgendwelche Kanten oder so? 172 Meter, was ist da hinten? Keine Ahnung, wahrscheinlich die nächsten Punkte. Oh, fuck, oh mio. Das ist definitiv keine gute Idee, hier rauf zu kommen. So viel ist schon mal klar. Wir müssen uns da einen anderen Weg suchen. Und diesen anderen Weg wird es hoffentlich geben. Es ist halt nur die große Frage, wo? Wo, 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 wo? Aber es gibt ja hier meistens mehrere Wege, um ans Ziel zu kommen. Hier vielleicht? Da unten ist auf jeden Fall mal einer, den wir nicht markiert haben. Aber ob wir hier tatsächlich auch hier nach oben kommen. Wir würden vielleicht von hier hinten runterkommen. Das wäre eine Idee. Aber ob das Haus da unten verbunden ist, ist halt wieder eine ganz andere Frage. Und da ist tatsächlich noch ordentlich was los, Freunde. Oh, fuck. Da ist... Au. Tatsächlich noch ordentlich was los. Und hier waren wir ja gerade eben noch. Ist das nicht genau der Weg, den wir gerade... Ja, das ist genau der Weg, wo wir gerade durchgegangen sind. Hm. So, mal gucken, ob der noch was weiß. Danke für die Infos, mein Freund. Danke für die Infos. Follow the pipes. Na gut, das ist da hinten. Das ist irgendwie logisch, denn die Pipes führen hier quer durch die Map. Und hier hinten ist dann die Basis von dem ganzen Gebiet. Alles klar, hat uns jetzt nicht unbedingt viel gebracht. Hätte ich ja gerne nach einem Hintereingang gefragt, um in diese Basis zu kommen. Huch. Das Schwergewicht hat was entdeckt. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Na toll, da unten steht noch einer. Okay, Schwergewicht ist wieder halbwegs neutral. Aber wir müssen den erledigen. Das ist der einzige, den wir mit einem Schuss nicht erledigen können. Ein Speicherpunkt, Gott sei Dank. Hä? Was für ein Bunker? Da will ich ja gar nicht hin. Ich brauche eine Reference. Check your map. Ich sende dir Koordinaten. The heating pipes are lit. Use them as a marker. Und hier ist eine Patrouille neben der anderen. Sika, we have recovered a recording from Ivanovsky's lab, from a listening device planted by our spy. Can you guarantee that this will leave no evidence? It must look like an accident. I assure you, General. This agent is colorless, odorless, tasteless. But there will be convulsions. Done, sir. As our test subjects demonstrate. No spasms, no foaming at the mouth, No discoloration. Yet less than a drop on the skin is lethal. Kurchatov has a reputation for being thick-skinned. Perhaps they will have time to find an antidote. Impossible. None of the usual toxic treatment protocols will help them. Siberia's glorious leader is as good as death already. Tja, das heißt wohl, der will seinen eigenen Cousin umbringen, so wie es aussieht. Und wahrscheinlich selber die Herrschaft von Sibirien an sich reißen. Das Problem ist halt nur die Mittel, die er einsetzt. Denn wenn er das schon einmal macht, dann wird das nur der Probelauf sein. Und wenn er weiß, es funktioniert, ist niemand mehr sicher. Denn wenn man nur einen Tropfen von diesem chemischen Material braucht, um irgendeinen Menschen in den Tod zu führen, dann kann er damit jeden Gegner ausschalten, den er möchte. So, ich hoffe, die laufen jetzt nicht hier entlang. Na, super, die laufen nämlich genau hier entlang. Okay, wo sollen wir mit der nächsten Gasgranate hin? Oder Gasmine wohl eher? Ist natürlich die Frage, ob die immer einen anderen Weg einschlagen oder immer wieder denselben ablaufen. Das weiß ich nämlich nicht. Und dann probieren wir das Ganze mal. Ich hoffe nur, da hat niemand was gemerkt von dem Scheiß jetzt. Das einzige Problem sind eben die Schwergewichte. Oh, da oben steht ja noch eins, habe ich gerade gemerkt. Ach du Kacke. Ich hoffe nur, die kommen hier jetzt zurück. Wobei, wäre mir theoretisch auch wurscht, wenn die den großen Weg nochmal gehen würden, dann hätten wir die zumindest erledigt. Aber es ist hier ordentlich was los in der Umgebung. Wir haben da unten nochmal zwei. Wir haben hier zwei Holla, die Waldfee. Und es geht ja tatsächlich weiter rauf in den Norden. Wir müssen aber hier definitiv nochmal hin. Da haben wir nämlich erstens die Exfiltation. Zweitens gibt es da hinten noch ein Sammlobjekt. Und ich würde natürlich gerne mal die Punkte auf der Map ein bisschen abgrasen, die wir hier finden können. Aber das Ganze eben ruhig, langsam und gesittet. Dass wir einen nach dem anderen schön mitnehmen können. So, was ist mit euch zwei jetzt? Ah, die gehen woanders hin. Ich hoffe, die laufen eine Runde. Die anderen sind auch eine Runde gelaufen. Wir haben ja nicht das erste Mal eine Patrouille vor uns. Die sind auch eine Runde gelaufen. Und ich hoffe mal, es ist bei denen nicht anders. Das Problem ist halt nur, das war die letzte von den Gasminen. Dann hätten wir noch Köder fallen, aber die bringen uns genau gar nichts. Da können wir nämlich einen Lockstein auch werfen. Und die Sache hat sich. So, jetzt gucken sie da ein bisschen. Und dann sollten sie theoretisch da nach unten kommen. Dann versuchen wir halt mal, uns ein bisschen woanders hin zu begeben. Vielleicht auch da rein. Hauptsache, die entdecken uns nicht. Da ist die Mine. Achtung, Achtung. Eigentlich ziemlich offensichtlich platziert. Ich hoffe nur, die sehen die nicht. Und theoretisch sollten die auch beide drauf gehen, wenn du mich fragst. Wenn die nämlich beide zeitgleich in die Mine laufen, sollten beide drauf gehen. Wenn nicht, hoffe ich, dass das Schwergewicht drauf geht. Wobei ich nicht genau weiß, ob die Gasgranate dem überhaupt irgendeinen Schaden zufügen wird. Ich rüste mal sicherheitshalber die Wurfmesser aus. Ich weiß, ob wir die brauchen. Granate. Ist laut. Ich hoffe nur, es schießt keiner rum. Und wir nehmen vielleicht mal zur Sicherheit wieder die Pistole in der Hand. Auch wenn wir die vielleicht nicht unbedingt jetzt als die stärkste Waffe betiteln können. Aber mit der können wir ständig rumschießen und nicht mehr mit der Sniper dann erstmal zielen. Dann halten die nochmal hier, genau wie vorher. Und dann sollten sie theoretisch umdrehen und genau hier links vom Stein vorbeilaufen. Direkt in die Gasminenfalle. Wenn alles nach Plan läuft. Das ist eben die große Frage. Läuft's nach Plan? Wir könnten natürlich jetzt ja auch einfach jeden niederballern, wenn wir wollen. Und das so oft probieren, bis wir einfach alle tot sind. Aber das ist überhaupt nicht meine Herangehensweise bei solchen Spielen. Ich bin immer der, der erstmal im Stealth-Modus spielt. Auch wenn es natürlich länger dauert. Dass wir jetzt ja einfach die Knarre zücken würden. Unser Sturmgewehr und jeden niederballern, der uns vor die Flinte läuft. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen es ruhig angehen. Wir wollen es unauffällig angehen. Wir wollen der Schrecken des Winters sein. So, die kommen. Achtung, Achtung. Jetzt wird's spannend, Freunde. Und ich werde mich direkt hinter die stellen. Und ich hoffe, das geht gut. Haben wir ihn? Wir haben ihn. Ha, 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 ha. Schön. Mal ganz kurz gucken, ob das E zählt. Drei von fünf. Super. Super, super, super. Ich weiß zwar nicht, warum die so laut geschrien haben gerade. Aber das hat gut funktioniert. Nice. 230 Geld. Super. Und eine Schrapnellmine. Wobei, können wir die überhaupt einsetzen? Äh, ich weiß nicht genau. Ich weiß gar nicht, was wir mit denen tun sollen, ganz ehrlich. Irgendeine Sondermunition haben wir auch nicht dabei. Lampe an, aus. Na, brauchen wir, glaube ich, eher keine. Derzeit. So. Das wären also die zwei. Jetzt ist natürlich die große Frage, da hinten wollten wir eigentlich langen. Ob wir dort auch reinkommen können. Verstecken will ich die gar nicht. Der hätte theoretisch ein super Gewehr, um das da oben zu stürmen. Aber wie gesagt, ruhig und gesittet. Okay, das sind die Leitungen, die da strömen, sind dann schon ein bisschen undicht. Einmal Speicherpunkt. Sehr gut. Das heißt, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, bleibt erstmal so gesaved. Und jetzt wird eben die große Frage sein, ob wir hier tatsächlich nach hinten kommen können. Und so wie es aussieht, ist das der Fall. Mit ein bisschen Glück. Wenn wir hier nämlich rauf sprinten können und irgendwie hier entlang, haben wir einen großen Vorteil gegenüber gerade ihm. Und das funktioniert. Haha. Wir kommen durch, Freunde. Und wir kommen durch. Gefechtsbereitschaft aufheben. Das klingt ja schon mal sehr gut. Und das hier, liebe Freunde, ist auch einer der höheren. Einer der Offiziere. Und wir haben ja auch hier eine weitere Herausforderung. Wir sollen insgesamt drei Offiziere befragen. Einen davon haben wir schon befragt. Und ich glaube, den nächsten holen wir uns dann in der nächsten Folge. Denn dann wird es spannend. Dann können wir, glaube ich, hier den zweiten von unseren Hauptaufträgen schon mal erledigen. Nämlich finde den Spion des Kunden. Und so wie es aussieht, lebt der nicht mehr. Leider Gottes. Und sein vermanntes Tod. Und wir werden seinen Tod aber definitiv rächen in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es weitergeht, hier bei Sniper Ghost Warrior Contracts. Und dann gucken wir mal, wen wir hier noch so alle erledigen können. Denn mittlerweile kommen wir doch schon ziemlich, ziemlich gut durch, möchte ich sagen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Bis dahin. Bis morgen. Da geht es nämlich weiter. Und ich sage Tschüss. Bis jetzt. Bis jetzt.